So, damit seid ihr gegrüßt, mein Lieben, Zweige, Gnome, Robots und in und um zu einem neuen Part Samanmara mit dem Zwingen Fürst, da muss ich mich gerade erst mal wieder zurechtfinden, wo waren wir jetzt stehen, so gehen wir im letzten Part, da waren wir in der Haupt-Quest weiter, ich hätte gebrochen, ja wir wollten den Hammer verstärken lassen, dann müssen wir zurück auf die Insel, so sieht es aus, zurück auf die Insel, den Hammer verstärken, dann können wir uns zum Vulkan aufbrechen und dort, hoffentlich ein paar Metalle, ein paar von den seltsamen, von merkwürdigen Metallen abbauen, für den Elite, so die aktuelle Quest, so also zurück zur Insel, zur Heimatinsel, Ja, ich bin heute ein bisschen müde, wenn es sich ein bisschen niedergeschlagen klingt, ich hatte nur ca. 4-5 Stunden Schlaf heute, ich bin irgendwie, ja, es war irgendwie, Ich habe keine tolle Nacht hinter mir, ja, ähm, ich versuche trotzdem irgendwie, Elbwegs in Ordnung zu moderieren, ich hoffe, man merkt es mir nicht zu doll an, dass ich fast am Einpennen bin, so, Holz brauchen wir dann, den Hammer verstärken, Axt, Baum fällt, die Bäume fallen hier ja gar nicht, so, das Glücken folgt mir, jetzt verraten wir noch einer, wie ich den, was ich für den Hammer brauche, 3 von 6 Holz, ok, dann fehlen wir da noch, eine von denen da drüben, so, dann dürfen wir doch gleich genau Holz haben, so, dann dürfen wir doch gleich genau Holz haben, das waren glaube ich nur 2, oder, ja, ein Holz brauchen wir noch, und dafür nochmal das Gestrüppchen fällen, ich glaube jetzt haben wir noch, jetzt können wir unseren Hammer verstärken, wie können wir das schon hier tun, werden wir noch was tun, aha, fahre da nicht kurz, hm, ok, Vielleicht in der Werkstatt, vielleicht müssen wir da reingehen. Kein Rezept verfügbar. Ich möchte mir gerne einen Hammer machen, geht das gar nicht, erzähl mir doch nicht. Sehr gut, vielleicht müssen wir doch mal wieder zurück nach Quilis, wie können wir da was ausrichten. Bei der Schmiede können wir vielleicht die Sache klären. Die Sonnenblumen sind gerade sehr schnell gewachsen. Können wir auch schon ernten. Die Samen haben aber keine. Nichts zum Anpflanzen, dann lassen wir das mal weiter wachsen. Zurück nach Quilis. Wollen wir mal. Ja, soviel dazu. So. Am Schleppdienst müssen wir uns nicht leisten, auf dem kurzen Weg. Ja, sind wir schon gleich da. Vielleicht können wir den Schmieden dann weiterhelfen. Wir machen wir Draften. Ich denke, so muss das sein. Da sind wir doch schon da. Träleys, ich komme. Zorbst ans Land. Und jetzt mal ein bisschen. Ein bisschen Beeilung hier. Da habe ich den ganzen Tag Zeit. Okay. Auf und nach hinten ans andere Ende der Insel. Wozu Treppen nehmen würden wir doch über Felsen und über alles drüberspringen können. Ob wir die Mauer drüberspringen können. So, ich würde gerne meinen Hammer verstärken lassen. Dann sag mir, dass du das kannst. Na hier. Okay, hier geht es gar nicht. Was muss ich jetzt hier tun? Mit meiner Aufgabe bin ich dabei. So, Hammer. Da brauche ich erst eine Lizenz dafür zum Hammer machen. Wie sieht das aus? Ich verstehe es gar nicht. Scheinbar brauchen wir den Hammer um das Material abzuarbeiten. Wie läuft das jetzt? Hm. Wie läuft das jetzt? Hm. Hier müssen wir den Hammer nicht durchleiden. Der Hammer ist hinter dem Hammer nicht. Auf einmal können wir keine Hammer mehr machen. Am Anfang wollen wir keine Hammer mehr machen. Am Anfang wollen wir es nicht machen. Hm. hängen wir jetzt an dieser quest auch fest das stimmt noch mal zurückzahlen sie oder was die lösung ich finde doch irgendwie weg haben wir zu verstärken zum silber hammer zu machen versuch es noch mal mit der quest hier mit der anderen hier kauf ein paar reis gut von taker und bringe sie in der bau eine pause immer so bringen ich habe sie durch anwagen gegeben müsste da oben sehen nicht alles durch das ist kein gewöhnlicher bote denk weil ich ja ich habe doch hier im inventar ein paar reis kuchen wasser fack du fällig mal reis kuchen von taker und bringen sie zu ich habe reis kuchen im inventar ach mensch wieso soll ich noch ein paar kaufen oder was ist hier los ein paar ins recht wo nicht na dann können wir auf dem weg das noch mal erledigen reis kuchen kopf gleich drei von nammer ein paar gekauft sag mir doch dass das mal gereicht hat ja dann behalte ich die reis kuchen halt muss doch irgendwie ich habe doch jetzt ein paar reis kuchen das ist auf jeden fall die reis kuchen schauen wir mal was das spiel jetzt von uns will ich habe ich habe die reis kuchen über die rüber ach dann frisst doch dreck das ist doch hier nicht das ist doch hier nicht wahr jetzt habe ich hier jede menge reis kuchen kauft du willst es nicht haben ja müssen wir unseren hammer versterben wie können wir das denn tun sehr gut das ist doch wahrscheinlich zurück zum boot erst mal versuchen wir es wieder auf der insel wenn wir zurück zur insel schippern und gucken wir mal in unserer werkstatt was wir anstellen können das ist so sieht es aus es wird geschippert ich bin verwirrt wie ich das jetzt mit dem hammer hin kriegen soll ob daraus noch was wird das tut haben wir doch eigentlich zusammen das heißt das müsste doch eigentlich jetzt funktionieren prinzipiell die rezepte müssen wir erst das rezeptoren von wem von wem dem inventar schlüssel war denn hier das rezept verstehe ich auch nichts mehr so ernten wir hier ernten was ich angepflanzt habe du musst die noch mal gießen findest du mich verarschend damit er mal ein bisschen wachst das zweite Bild jetzt immer noch nicht ja die Bundes ausgetaucht ja gut dann ist das halt was machen wir denn heute das machen wir noch mit diesem port mal verstärken können irgendwie nicht und habe ich noch nicht herausgefunden wie das gehen soll ja ansonsten ein paar nebenquests schon mal was wir noch so erreichen können und so weiter ich bin so saumüde das könnte ich nicht vorstellen ja so ich hält mich das spiel irgendwie halbwegs wach wenn wir können wollen wir noch nicht darstellen doch hier silberhammer was mache ich denn da ist doch jetzt der bessere ist doch jetzt der bessere hammer verfahren der jetzt habe ich jetzt gar nicht okay auch solcher katalog anbauen können wir den aber nicht anbauen den hammer ja natürlich schmieden hat ja eigentlich auch eine werkstätte ich müsste es dort ja gehen ach mann ich bin doch hier um herum um herum 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 und sein herum 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 der am ende hoffentlich den verstärkten hammer enthält ich habe schon ein das sieht aus wie ein silberhammer mach jetzt blödsinn oder was ist hier muss erstmal goldhammer besorgen oder wie ich bin wie gerade ein bisschen zu blöd dafür ich bin gerade irgendwie brauchen wir eine bessere spitzhacke oder mal gucken womit ich das abgrabe eine bessere spitzhacke bräuchten eigentlich ein bisschen hammer stand dort oder ein bisschen hammer brauchen wir der sieht schon ziemlich selber aus der hammer den ich jetzt habe grünen hammer kriegen wir erstmal nicht so oder oder weiteres und so hier können wir zähne machen mit der silberhammer mit teilhaken ich habe es irgendwie nicht ein bisschen rum die irre hier aber wenn man noch nicht den richtigen hammer dafür haben dann kann ich doch unmöglich ich habe noch nicht genug stoff für breite kane das lieblingsfisch zu verleihen wo seine würze das kann ich auf quäles machen vielleicht versuchen wir das mal dass wir trotzdem heute noch ein bisschen was schaffen irgendwas gut runter zum hafen immer noch dann machen wir das schnitzel für dich alle fertig gut wir dürfen doch eigentlich selbst kochen da haben habe ich das verpasst habe ich irgendwie da was falsches gehört ich glaube da war irgendwie mal da hast du nicht die möglichkeit selbst zu kochen küche aber wie das soll auch das das rezept dafür haben meine mine auf kurs insel ok soweit so klar wenn wir das mal in krieg von lieblingsfisch bei nach kogas reis brauchen wir karotten brauchen wir und ananas reis karotten und ananas reis und ananas wir können uns das kaufen hier und vom strand hier ist nicht reis karotten und ananas so wo sind reis karotten und ananas ja ja kauf der kopf der kopf der kopf und das wäre du super ok reis reis reichen schon zwei oder wie sieht es damit aus habe ich es mir gemerkt gerade nicht wenn man schön wollen das menü abrufen könnte so kann man hier zwei und vier ananas hast du nur als karotten samen ok zwei karotten und ananas wo bekomme ich ananas das dann gucken wir mal nach ananas das ist hier scheinbar nicht im sortiment ok ananas vielleicht überm hafen jetzt gehen wir mal runter zum hafen ich habe gerade die falsche laste gedrückt ich bin noch mehrfach von der springen bin dann mehrfach angehalten und woher eine ananas und ganz anders weiß ich nicht wie es dort aussieht so was hätten wir noch zu questen fangen wir sardine und bringen sie zu nur ok das können wir noch nicht das haben wir auch gerade anrufen fisch was will der was wenn er erst haben ist das ist karotten eine denken kann man doch durchfischen ob sardinen weiß ich jetzt nicht aber kein dort fischen gut wo war jetzt hier noch wo konnte man hier fischen ach ja da drüben bin ich schon in die richtige richtung gelaufen so falscher fisch oder falscher fisch sardinen brauchen wir auf nach sardinien die quest wollte ich mir anzeigen lassen sardine das sieht nicht aus wie eine sardine laufen wir mal woanders hin unter sterben gleich und kommen zurück auf den kutter so jetzt können wir wieder sprinten das ist gut sardinen wo kriegen wir sardinen her erstmal wegen schlafen sowieso oder haben wir noch eine schlafsack nicht bin heute ein bisschen durcheinander auch also das ding mit okay ich habe kein apfel mit sardine das eine ding mit der sache hier mit dem kürbis hoch und passt gerade nicht und das mit dem hammer das sollte auch irgendwie verdödelt ananas jetzt irgendwo und ich brauche irgendwo irgendwo den fisch zwischen 10 und 16 uhr ok also das ist die 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 was denn das angeht vielleicht die 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 keine andere das nach zwischen 10 und 18 uhr kommen so fischen muss gehen der flasche gefunden haben wir schon mal ein bisschen futter ein bisschen futter für die jahre damit sein bei ersten sardinen kann ich gerade hier nicht finden so flicht nach oben insel rumschippern damals gucken so sitzt aus vielleicht von moderne und wurden sardinen stand so vielleicht hier mal gucken kann man nicht angeln aber hinterm leuchtturm und nur noch angeln gab es nur eine stelle wohin durften ganz zu einem vorteil hier das sieht doch gut aus sitzt noch salin wären ist auch keine saline und wir offensichtlich sehen so dass ich nach oben so sich gefallen haben wir haben heute ein paar ein bisschen verschwendet ist verplempert ja im nächsten part vielleicht mal ein paar sinnvolle requests nur vielleicht auch ein bisschen mal mehr was erledigt und ich vielleicht doch wieder bei kräften so sardinen vielleicht muss man aufs kinder nachsuchen schauen wir mal lassen aber da haben angenehmen tag und man sieht man hört sich demnächst wieder bis dahin und trö-tu-tu-schung